Sollen wir machen ein Video, wo wir... Was geht's? So, kann ich... Ich muss natürlich... Hä? Ach, das ist unten! Ach Gott, ich hab die echt zu lange mehr gespielt, die Map. Naja, das nicht, komm. Ich glaub, es ist safer, wenn nicht. Sind bei der Camero auf jeden Fall... Haben die Camero... Ja, die spielen da oben... Erdgeschoss in einem anderen... Oh, der war nice! Okay. Ja. Boah, snipen fühlt sich so mächtig an den Halo 3. Soll ich mal die Vögel wieder abschießen? Ja, mach mal. Oh, einer ist hier oben. Sie ist da oben. Ah, ja, Blue, ja. Oh, come over! Sag mal, come over! Ach so, ja. Wir stehen da zu zweit. Wir haben alle, wir haben Schwert und snipen. Wir sind schon gerade so gut zu tauschen. Wie können wir das machen am besten? Wir müssen den Goldsbaum gehabt haben. Ah! Gold, ja. Gold, ja. Gold. Martin steht links vom Eingern. Ah, er kommt zu uns rüber. Das ist noch. Okay, der war ein bisschen lachig hoch. Nein. Oh, nein. Oh, da kommt einer. Wo? Hier, von der Seite. Hier, von der Seite. Hier, von der Seite. Wieso sprang ich eigentlich direkt bei euch? Shit. Hättest du nicht zu uns hinlaufen müssen? Ich bin auf den Rampen gesprungen. Wie gesagt. Was? Ja, ne, bald geht, Martin. Ich musste versuchen, die er nicht nachkommt. Ja, aber blu, 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 blu. Mich hat ein Name getroffen, Sven Northfield. Mark. Verdammt. Was? Wie wurde? Ich hab keine Ahnung, ob noch unbeschossen wird. Martin ist so erdbeschossen. Und Trophy steht oben. Ja, ich verstehe trotzdem nicht hier. Ich dachte, Trophy noch. Immer noch blu. Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt schon einmal gekillt haben. Null. Okay, blu unten. Ich stehe nicht immer nur den Pierre. Blu unten. Blu unten. Yeah, ich hab den getwittelt. Blu unten unten. Blu unten unten. Oh. Jetzt bin ich bei denen gespawnt. Mach irgendwo, dass ich sie... Alter, jetzt gibt's ja noch. Ja, hier. Blu oben, okay. Trophy ist oben, Monshot. Da hab ich... Links von dir. Also oben und dann hinten. Okay. Ich geh jetzt von hinten. Ich hab einen Lift gehört. Oh, fuck. Was? Bist du denn nicht tot? Okay, der hat nur zwei Schüsse drin oder so. Das ist nicht so weak. Martin ist bestimmt immer noch mehr Schüsse. Ja, er kommt jetzt mit dem Blu. Ah, ne, jetzt kommt's da. Oh, das war jetzt so. Ist so. Ist so. Ist so. Warum? Warum ist der nicht down? Also, da ist der jetzt aber wirklich. Pass auf, geh weg, geh weg. Ja, ich komm, geh weg. Kommst du, geh weg. Kommst du, geh weg. Ja, von du? Da. Oh, fuck der jetzt. Ja, ja. Ich mach schon. Da. So. Einen hab ich. Der andere ist ein One-Shot. Der steht auf Funke. Funke, Funke, Funke. Funke. Letzt sein Ding gesehen hat. Den hätten es vielleicht gerecht. Ich mein... Ah, Sheetrailer. Ja. Ne, ne, dort hat das eine Vision. Ach so, okay. Mal schauen. Die sind wichtig. Ja, ich frage ich wo. Blue? Pass auf, nein. Ich bin irgendwo. Ich bin irgendwo. Wow. Erdgeschoss. 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 Au-Wer ship. Oh, ich schaff's. In der Goldenen Klammer stehen beide, aber einer hat Au-Wer ship. Das steht perfekt. Ihr kommt ja nicht raus aus eurem Versteck, dann musst du ja ein bisschen Action dem Zuschauer bieten. Beide umgeschossen. Wo ist denn Grube eigentlich? Der hat 100 Pro gedrückt. Ach stimmt, da gibt's ja kein Schaden. Was ist das denn? Der war Solo. Ja, ich war ohne Schiebe. Ja, ich hab's schon gesehen. Das ist halt schade. Jetzt geht er. Oh, der hat ein Shotgun. Okay, der ist noch viel, glaub ich. Ja, der ist noch viel. Aber der hat einen Shotgun. Mitte, Mitte, Mitte. Alter, warum nicht denn so? Harte Kisten, scheiße, immer diese Kisten. Toffi ist in der Mitte immer noch. Nein. Wo? Sniper Blue. Äh, okay, ich weiß schon. Äh, Schottie Blue. Okay, die sind rübergegangen. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Er ist One-Shot, immer noch One-Shot. Martin, ich hab äh... Wir können die anderen auch wissen. Ich hab ein bisschen Sniper, also falls ich draufgehe. Scheiße, ich bin... Ach, du sagst meine Leute. Ja. Verkundungstu? Die crouchen unten. Gar nicht. Ich sag... Der einzige, der irgendwie durch die Gegend crouch. Ja, mit der Schottie. Ja, die pass auf. Gleich werde ich von hinten mit der Schottie gemacht. Ja, vom Lustig. Wie er sofort nix sagt, ne? Schon klar. Ich pack schon mal die Sticky Nades raus. Wenn er einen Kill macht, der links ist auch so. Okay, okay. Okay, drühe, drühe, drühe. Okay, drühe, 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 drühe. Einer ist oben. Fokus. Martin ist im Erdgeschoss. Ja. Mark ist bei Blau. Schön. Snipe da rum. Martin ist low. Martin ist One-Shot wahrscheinlich Mitte. Ein Eingang ist low. War gerade eben noch No-Fiel, aber jetzt wahrscheinlich nicht voll. One-Shot, One-Shot, One-Shot. Jetzt. Schönes Ding, schönes Ding, Toffi. Genau so. Unmöglich. Keine Chance. Nein! Toffi, du snipen von oben. Martin steht Mitte an der Tür. Ist hier irgendwann nur der Eingang, bitte? Ja. Es sind immer noch beide der Eingang. Oh, Mark ist wieder bei Blau. Einer hat Erdgeschoss mit Obel-Shield. Martin hat Obel-Shield. Ich schau zu Blau rüber. Weiter Duff, weiter Duff. Der ist weak. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ja, ich treff nix. Ich treff nix. Okay, Kier's down. Hamlet's den Martin. Der steht da, One-Shot. Ja, ich seh den schon. Ich seh nicht, ich seh nicht. Ich kann da auch nicht rausgehen, wenn er dann mit seinem Snacken. Doch, warum? Wenn du zu zweit? Würde das schon gehen? Ja, der macht ja einen Doppel-Kick. Was? Das muss ich erst mal drauf betrachten. Und jetzt hat er einen Ramp. Und läuft der One-Shot. Weißt du, Martin? Du wärst deswegen arrogant, wenn du den Camel E sagen würdest. Ja, weiß ich. Hast du da jetzt was gesehen, Martin? Ja. Oh, 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 oh. Camel. Oh, die sind bei mir. Die sind beide bei mir. Die sind wohl bei Toffy. Wir sind beide bei Toffy. Wir sind wohl bei Toffy. Wir sind beide bei Toffy. Ich spreng jetzt in die Mitte. Ist in die Mitte. Ist in die Mitte. Ist in die Mitte. Ist in die Mitte. Sniper liegt am Schuss. One-Shot. Brauch's gar nicht aufheben. Max lohnt sich nicht. Doch. Ich mach diesen Headshot. Und dann alles. Passt dich. Toffy ist Mitte. Oben Mitte. Nein. Okay, der ist weak. Der über dir ist weak. Okay, aber es sind jetzt beide über dir. Zumindest hab ich den Toffy schön abgelenkt. Achtung von Lift. Komm Toffy. Okay, Pierre ist oben. Der andere kommt jetzt auch schon unten. Okay, Markus S2. Toffy ist am goldenen Lift. Und Toffy hält. Oh, oh, oh. Die saß. An der Cameo steht Toffy. An der Cameo? Ja, Camio. An der... Meine ich doch. An der Cameo. Der hat einen nicht gecrediten Auftritt. An der Cameo steht er. Oh nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Das ist nice. Und ich hab fast drauf zu schießen. Ich bin schon wieder runtergefahren. Es gibt so. Ja, Markus hier. Ach komm. Okay, Storm. Entschuldigung. Jetzt schändet ihr ihre Leichen und vergewaltigt ihr. Oder so. Keine Ahnung. Ich vergiss es. See the women driven before you. Und hier die Limitation. Und so. Äh, dann würden die Mitte... Oh, der hat mich nicht... So. Ich hab Toffy mitgenommen. Ich hab dich mitgenommen. Oh, äh... S3. Da ist er. Ja. Ich hab noch angeschossen. Ja, da ist er. Genau da ist er. Da hat er. Ja, Markus und ich... Martin ist jetzt mit dir. Top mit. Das ist keine Plasma-Granate. Ach, lächerlich. Weißt du, was mit der Granate passiert ist? Sie haben am Kopf abgeprallt. Okay. Markus ist hier noch in Du. Yes. Oh. Lacker. Oh. Martin ist am goldenen Lift. Toffy weiß ich nicht. Pierre ist 2-Shot. Ich weiß es auch nicht. Markus ist unten. Markus ist unten. Wo unten? Ganz unten. Vor der Mitte. Goldene Lift sind beide. Ja, Toffy kommt grad vorne. Markus ist S1. Okay, jetzt ist der S2. Boah, diese blöden Kisten, ey. Sind beide S2? Ja, ist One-Shot untighted. Okay, jetzt ist S1. Jetzt sind mal Nate reingelaufen. Ja, da freut sich der Toffy. Da ist einmal jemand in seinem Leben in seinen Nade reingelaufen. Nein. Yes. Okay, ich hab beide. Schön. Schon gemacht, ja. Zwei Kills noch, komm. Oh, das ist natürlich der gute Platz, wo man spawnen will. Toffy. Wow, komm, die Nades. Yes. Martin ist in dem blauen Ding, glaub ich. Ja. Achso, er hat die Blöden. Du bist mit dem S2. Ach, komm. Du bist mit dem S2. Wie willst du mit nichts aufgehören? Jetzt hast du den Overschild oder was? Nee, ich glaub ich bin sogar auf 2-Shot. Das ist einfach schlecht. Ich sehe keinen. Das macht mir Sorge. 10 seconds Reveillen, komm ich will jetzt nicht durch Zeichen verlieren. Komm, einfach rein schaden. Verlier' KW nicht mehr. Oh. Schade. Wie soll ich denn hier? Schon gern durch Punkte nur rum. Das können die aber leider nicht so gut. Nee. Naja. Oh Mann. Die ziehen wir auch so. Ja, ist okay. Ich fand sie nicht okay. Okay.